Joe Eric Berne, Tabellenführer Mikhail Alessi, nur auf dem zehnten Startplatz, so geht's los. Ganz, ganz schlechter Start, oh, da hat's, meine Herren, was hat denn Lancaster da angestellt? Da hat John Lancaster aber mal richtig eingegriffen. Quere kommen durch drinnen Räder, korrigiert dann, schlenkert durch die Gegend, weil der Gegenpendler natürlich kommt, wenn man so wüst am Lenkrad sägt. Wenn der überhaupt was gedacht hat, dann war es nicht ruckreich. Versucht auszuweichen, wird dann einfach über den Haufen gefahren.